Ich möchte kurz Heuens ablegen für die DVDs. Wir haben es eben gehabt, anstatt in Ostbeweren. Und das meine Schwester hat die DVD, die Gaben des Heiligen Geistes. Und die zwei Freunde haben die DVD angeguckt. Und es war sehr gemütlich. Sie saßen zusammen am Sofa. Sie saßen auf dem Sofa. Und die Schwester hat krankes Bein. Sie saßen die Muskeln. Sie saßen die Nog, und sie saßen auf und ich wachse. Sie musste schnell massagieren. Und meine Schwester hatte einen krank. Und in diesem Moment, als sie aufgestanden ist, und sie hat sich am Bein gefasst. Es gab das Wort Pastor Zinaide. Jetzt schaut die Frau, die DVD schaut, Sie sind viele больliche. Dort ein Mensch, der ein Problem mit Bein hat. Für mich war das ein guter Schock. In diesem Moment, gab es dieses Wort für Beine. Und ich habe in dieser Erne erlebt dieses Wort mit Glauben an. Die krankes Beine heilen sich. Und meine Schwester hat per DVD die Heilung empfangen können. Sofort. Das war super. Ich habe in dieser Ernein gegründet. 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 Aber es ist einfach nur ein Glück. Es ist einfach Gott. Mein Glaube ist stark geworden. Und so etwas kann nur Gott machen. Danke schön. Auch durch die Leute, die Gott diesen Dienst gesagt hat. Also Pasta Sande hat uns oft über die Dvd zu verhauen. Und Pasta Sande hat gesagt, dass wir die Dvd immer anschauen müssen. Es reicht nicht einmal anschauen. Es reicht nicht einmal anschauen. Es schaut das oft. Und es kann sagen, dass es in einem Moment Gott zu euch sprechen kann. Es kann sagen, dass es in einem Argument Gott zu euch sprechen kann. Und besonders in einem Heiligen Gottes Dienst. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ich möchte auch Gott danken. Für die Heilung, die ich empfangen habe. Am ersten Seminar. Der Heilung Schule Rafa. Ich habe gespielt, wie der Heilige Geist zu mir gekommen ist. Und wie ich mich in der Schule Rafa. Ich habe gespielt, wie der Heilige Geist zu mir gekommen ist. Und wie ich mich in der Schule bin. Und ich habe eine Erleichterung bekommen. Und ich wurde gesund. Und ich habe eine Erleichterung bekommen. Und ich wurde gesund. In der Arbeit habe ich eine Verletzung empfangen. Also bekommen. Im Krankenhaus konnte man nichts finden. Bei mir. Und man konnte mich nicht heilen. Und sie haben gesagt, es gibt etwas. Aber sie konnten nicht feststellen, was. Und ich bin gestern gekommen. Und Pastor Zenaida istelte mich. Und Gott hat durch Pastor Zenaida mich geheilt. Gott hat mich durch Pastor Zenaida geheilt. Gott hat mich durch Pastor Zenaida geheilt. Gott hat mich durch Pastor Zenaida geheilt. Und im letzten Seminar. Und im letzten Seminar. Und im letzten Seminar. Im 5. Seminar in Ostbärm. Schmerzen im Ohr. Ja. Ihr刚 gerade sagte, selber zu ihm. Und es hat mich gefördert. Aber es hat mich gefördert. Und ich habe mich gefördert. Und ich habe mich gefördert. Und ich habe mich gefördert. Und das Erleichterung durchgeführt. Und wir haben uns zu. Und es wurde sofort eine Verletzung. Was? In dem Seminar. Im 5. Seminar in Ostbärm. Er gab es ein Wort der Kenntnis und ich habe gesagt, dass es ein Problem im Ohr, im rechtes Ohr war ein Mensch und dieser Mensch hat gesagt, dass es wie ein Stromschlag war und er hat die Haltung sofort bekommen. Und jetzt ist alles vorbei. Ich möchte noch etwas sagen. Unser Auto ist kaputt gegangen. Ich habe gebetet. Wisst ihr was? Das Auto ist heil geworden. Ohne was, ohne was, ohne was. Das kommt nicht an. Das Auto war kaputt und Gott hat das Auto repariert. Das Auto kommt nicht an. Ich habe nicht gehört, bis keiner anguckt. Und bis jetzt läuft und läuft. Die Bremseschläuche waren kaputt. Die Bremsen waren kaputt? Und die Reparatur sagten, wie bist du am Tag gefahren? Die Bremseschläuche ist kaputt. Das kann doch gar nicht laufen. Und es kommt. Und jetzt habe ich gewechselt. Aber die Schlauche ist kaputt. Das Öl, da muss alles rauslaufen. Aber es kommt. Und es kommt ungefähr nach einem Jahr noch. Ich habe alle Seminaare gearbeitet. Und jetzt bleibe ich hier. Und jetzt bin ich hier. Mit Gott dankt mir. Das geht alles, was ich für mich gemacht habe, in der Familie. Das ist so ein Herz. Wenn ich fünf Seminar gemacht habe, habe ich alle Erzählungen, und ich bin in ein anderes Land, um zu begrüßen zu Gott, für die Wahrheit zu sein. Das ist ein Herz.